Und weiter geht's mit dem guten C19 Sale und zwar mit einem Bombenangebot. Ja, das ist wirklich mal ein Knaller. Kill Bill, Yuma Thurman, Maramax, Die Braut. Ja, von Star Ace. Von Star Ace Toys, genau. Und die bieten wir euch an für lächerliche 129,99. Wow. Also eine 1 zu 6 Figur für den Preis von Star Ace könnt ihr lange suchen. Knaller. Ja, war auch ein Bombenfilm. Ja. Und mein Tipp für euch heute, den ihr, wenn ihr ihn noch nicht kennt, unbedingt anschauen müsstet. Und zwar Mucksmäuschenstill. Okay. Von X Filme. Ich glaube, es ist ein deutscher Film. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es ein deutscher oder österreichischer ist. Aber ich meine, es ist ein deutscher Film. Und zwar über einen Oberspießer. Mhm. Die Inkarnation eines dummen Spießer-Arschlosses. Der allen anderen Leuten sagt, wie sie zu sein haben, was sie zu tun, was sie zu lassen haben und so weiter. Und ja, ich will das Ende nicht vorweg nehmen, aber er hat es verdient. Okay. Oder auch nicht. Vielleicht bin ich da jetzt zu böse in meiner Beurteilung. Ja. Bei dem Film ist man sich nie so ganz sicher, ob man jetzt lachen soll oder ob einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Okay. Weil es ist halt nicht nur auf lustig gemacht, weil er halt das auch alles ernst nimmt. Ja. Du denkst dann, belachst dich und denkst halt die ganze Zeit, also das ist ein Spinner oder so. Aber er treibt es dann halt auch wirklich irgendwann zu weit. Und du guckst halt auch und siehst halt auch, ja Gott, wenn alle Leute so wären und viele Leute sind leider so. Leider, ja. Wie ich auch nicht sein möchte, dann hätten wir hier wahrscheinlich wieder das Dritte Reich oder so in Deutschland. Keine Ahnung. Aber wirklich ein ganz toller Film. Kann ich euch auch empfehlen. Ja. Und hier haben es, dem Film hatten es auch alle verdient. Auf jeden Fall. Zumindest. Und auch in der Fortsetzung, die hatten es auch alle verdient. Und ihr habt es verdient, euch so eine zu diesem Preis diese Figur zu können. Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Mehr 1019 Sale gibt es morgen. Bis dann. Ciao.